Hallo liebe Stillhalter, die fünf Vorteile, die wir als Verkäufer von Optionen, also als Stillhalter haben, das möchten wir euch heute vorstellen. Wir werden in einem separaten Video euch aber auch die vier Nachteile, die man als Stillhalter hat, präsentieren. Denn wie alles im Leben gibt es immer zwei Seiten der Medaille und es wäre von uns vermessen, wenn wir euch hier nur das Glanzlicht der Optionen vorstellen, ohne auf die Nachteile hinzuweisen. Aber für uns überwiegen ganz klar die Vorteile, ansonsten würden wir dieses Geschäft ja nicht machen. Legen wir los. Der erste Vorteil. Wohin geht der Preis? Und das ist mir als Stillhalter eigentlich egal. Schauen wir das einmal im Chart an. Ihr seht jetzt hier den S&P 500 und in diesem fiktiven Beispiel handeln wir einen Shortput. Das heißt, wir verkaufen einen Shortput, einen aus dem Geld liegenden. Und ihr seht hier ist die Laufzeit eingetragen. Und was muss am Ende der Laufzeit passieren, damit ich als Stillhalter meine volle Optionsprämie behalten darf? Der Preis muss über dem Strike liegen. Und ihr seht jetzt hier diese verschiedenen Pfeile. Das heißt, der Preis kann entweder steigen, seitwärts laufen, leicht fallen, ein bisschen stärker fallen. Das sind alles die Momente, in denen wir verdienen. Wir haben nur ein Thema, wenn der Preis wirklich stark fällt und am Ende der Laufzeit unterhalb des Strikes liegt. Wir greifen natürlich schon vorher ein, aber ihr seht hier schon einmal klar den statistischen Vorteil, den wir durch die Preisbewegung auf unserer Seite haben. Das haben wir, ohne dass wir angeguckt haben, was macht eigentlich das Underlying, also die Aktie oder der Future selbst. Wir legen ja sehr viel Wert auch darauf, dass wir das so gut wie möglich vorhersagen können. Gerade im Rohstoffbereich ist das aufgrund der guten Fundamentaldaten sehr gut möglich. Und damit holen wir uns einfach Stück für Stück die Wahrscheinlichkeiten auf unsere Seite. Aber allein aufgrund der Option ist es uns schon fast egal, wohin der Preis geht. Kommen wir zum nächsten Thema. Wir müssen als Stillhalter keine Gewinnentscheidung treffen. Stellt euch mal vor, ihr handelt einen Future oder eine Aktie. Ihr habt 1000 Stück von Amazon gekauft und die Aktie ist jetzt gut gelaufen. Ihr habt jetzt zum Beispiel ein initiales Risiko gehabt von 1000 Dollar und eure Position ist jetzt schon 5000 Dollar vorne. Man möchte jetzt denken, okay, das ist eine Luxussituation. Aber jeder, der in dieser Situation schon mal war, weiß, okay, nehme ich jetzt den Gewinn schon mit, lasse ich das Ganze noch ein bisschen laufen, ziehe ich den Stopp nach. Es gibt da ganz, ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen. Und eins haben die gemeinsam, wenn es klappt, verdient man gutes Geld, aber es ist mental auch sehr anstrengend. Als Stillhalter haben wir den Vorteil, dass wir maximal unsere Optionsprämie gewinnen können. Wir legen trotzdem ein Rückkauflimit rein. Also das heißt, wir nehmen in der Regel so 70 bis 75 Prozent von der Prämie mit, falls das erreicht ist. Aber das war es dann auch mit der Gewinnentscheidung. Und das entlastet uns mental und macht den Handel sehr, sehr entspannt. Sehen wir als klaren Vorteil. Der nächste Vorteil ist, dass die Zeit auf unserer Seite ist. Ihr habt oben gesehen, die Preisbewegung ist uns eigentlich egal, solange es nicht total gegen uns läuft. Und wenn das Ganze seitwärts vor sich hin dümpelt und wer schon mal eine Aktie spekulativ gekauft hat, der kennt das sicherlich, dass die Aktie dann erstmal vielleicht einen Monat gar nichts macht. Als Stillhalter haben wir dann den unglaublichen Vorteil, dass die Zeit auf unserer Seite ist. Und ihr seht jetzt hier in der Grafik den Zeitwertverfall. Unten seht ihr die Tage bis zum Ende der Laufzeit, also hier in dem Beispiel 120 Tage bis 0 Tage. Und auf der Y-Skala links den Zeitwert der Option. Und je geringer dieser Zeitwert wird und wir die Option verkauft haben, desto schneller verdienen wir unser Geld. Also in dem Beispiel ist der Zeitwert bei 120 Tagen maximal. Nimmt dann so ein bisschen ab in den ersten 30 Tagen, aber zum Ende der Laufzeit nimmt er immer stärker ab. Das heißt, wenn einfach nichts passiert mit dem Underlying, auch die anderen Komponenten wie die Volatilität etc. konstant bleiben, dann können wir aufgrund der Zeit nur gewinnen, da die Zeit auf unserer Seite ist. Dann kann man mit Optionen grundsätzlich Geld in jeder Marktphase verdienen. Zum Beispiel im Aktienmarkt könnte man ganz einfach hergehen und sagen, okay, in steigenden Märkten, da setze ich eher auf bullische Strategien. In fallenden Märkten, da setze ich eher auf bärische Strategien. Oder ich kombiniere das Ganze, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich handele in meinem Investmentdepot, zum Beispiel Cash Secured Puts. Wenn mir diese angedient werden, da der Markt insgesamt nach unten kippt, naja, dann ist es so, dann habe ich halt eben die Aktien gekauft und kann parallel trotzdem Covered Calls handeln. Das heißt, ich habe für jede Marktphase, kann ich mir eine passende Strategie heraussuchen. Und noch besser funktioniert das Ganze dann auch, wenn man das mit dem Handel von Rohstoffoptionen kombiniert. Denn damit bin ich extrem diversifiziert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Markt wie Zuckerhandel, den wir hier in diesem Beispiel haben, dann hat der erst einmal nichts mit der Entwicklung des S&P 500 zu tun. Oder auch ein Markt wie Kaffee, Schwein etc., die sind erstmal unabhängig vom Aktienmarkt. Und damit kann ich meine Investments als Stillhalter sehr weit streuen, habe viele nicht korrelierende Märkte in meinem Depot und kann dann sowohl marktphasenunabhängig als auch vom Markt selbstunabhängig Geld verdienen. Das zusammengefasst sind mal für uns die fünf größten Vorteile, die wir als Stillhalter haben. Wie versprochen, im nächsten Video stellen wir euch noch vier Nachteile dazu vor. Denn gerade mit diesen Nachteilen muss man sich beschäftigen, damit man mit diesem Geschäft profitabel ist. Denn ihr wisst, Verluste sind keine Option. Bis zum nächsten Mal.